hallo meine lieben hobbits menschen elben und zwerge zu einem kleinen info video von mir und zwar möchte ich nur den stream ankündigen video kommt jetzt am freitag ein bisschen spät ist okay aber so habt ihr immerhin zeit besser als also es ist immer noch besser als es in der folge zu verpacken und zwar beginnt der stream morgen samstag den 27 2 um zu lassen mich nicht lügen 19 uhr und gespielt wird minecraft und zwar habe ich auf jeden fall einen gast im stream und zwar den also den herren kennt ihr aus der letzten folge das ist der dagi lp und mit dem werden wir zusammen anfangen den bauernhof dahinten zu gestalten den wir in der letzten folge anfangen wollten und irgendwie nicht ganz geschafft haben weil es jetzt anders aussieht aber wie dem auch sei mehr morgen bis dahin haut rein